Hallo und herzlich willkommen zurück zu den E-Card Review News. Mein Name ist Marion und es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Update zu Skoda, denn Skoda hat mehrere Modelle angekündigt, unter anderem auch ein 25.000 Euro Kompaktauto. Also es wird sehr, sehr spannend. Wir schauen uns mal die Skizzen an, die Details, die wir bereits wissen und natürlich auch die Schlussfolgerungen aus dem, was wir vom ID.2 All wissen. Denn da kann man ein bisschen ableiten, wo die Richtung hingeht. Wenn du also neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Wir schauen uns als allererstes jetzt erstmal die ganzen Details an, denn da passiert einiges. Wir haben also Investitionen bis 2027 von 5,6 Milliarden Euro. Das ist doch schon mal eine Stange Geld und zeigt, dass man es jetzt ernst meint. Dann hat man einmal die Option zwischen einem Kompaktauto, einem Kombi und es soll auch noch ein Space-Modell kommen. Und das soll alles, wie gesagt, bis 2027 passieren. Dann haben wir auch Nachrichten für diejenigen, die zum Beispiel jetzt schon ein bestehendes Elektroauto von Skoda kaufen. Denn der Enyaq und der Enyaq Coupé sollen noch 25 eine umfangreiche Aufwertung erhalten. Ist natürlich jetzt semi-gut für die Leute, die jetzt gerade eins erhalten oder vielleicht im Laufe des Jahres oder nächsten Jahres. Da sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man nicht jetzt gleich wieder ein älteres Auto haben möchte. Aber das ist, wie gesagt, ein bekanntes Problem, dass natürlich die Elektromobilität sich sehr schnell weiterentwickelt. Und dadurch man nicht immer das aktuellste Auto für eine längere Zeit hat. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dann haben wir, wie gesagt, einmal 25.000 Euro Auto eingeführt werden soll. Dieses 2025. Für diejenigen, die auch meinem Tesla-Kanal folgen. Ihr wisst, dass das genau das Jahr ist, über das ich gesprochen hatte, wenn es um einen kompakten Tesla geht. Also ich glaube, wir werden hier tatsächlich das 2025er Jahr als das Jahr uns merken können, wo wirklich die Elektromobilität mit preiswerteren Elektroautos in die absolute Massenproduktion geht. Also das ist sehr, sehr spannend und das wird in zwei Jahren der Fall sein. Schauen wir uns also mal an, was erinnert uns jetzt bei diesem kompakten Skoda an den ID.2 All. Denn wir wissen ja alle, das wird alles auf einer Plattform stattfinden. Das ist ziemlich sicher, denn das ist natürlich mit Skoda eine sinnvolle Strategie. Das Design wird natürlich an ein Auto erinnern, welches bereits auf dem Markt ist. Und das schauen wir uns auch gleich mal an. Und viele werden es vielleicht schon kennen, denn es handelt sich hier um die Nachfolge des Carrock. Also dieses Kompaktauto wird ein Nachfolger des Carrock sein. Der ist ja wie gesagt schon auf dem Markt. Und deswegen können wir schon mal so ein bisschen eine Idee bekommen, wo die Reise mit solch einem preiswerteren Skoda hingeht. Natürlich, und das muss man natürlich transparenterweise auch sagen, ist es so, die 25.000 Euro werden natürlich nicht dir schöne 450 Kilometer WLTP-Reichweite geben. Das ist also einmal hier der Nachfolger, also das Modell, nach dem sich jetzt dieses neue Modell richten soll. Natürlich mit einem moderneren Design. Ihr habt es auf der Skizze gesehen, aber eine Skizze ist natürlich noch lange nicht die Realität. Das wissen wir alle. Dinge können sehr schön dargestellt werden. Das ist genau das Gleiche beim ID.Bus gewesen. Und am Ende kommt aber ein bisschen ein anderes Auto raus. Deswegen muss man das alles mit Vorsichtigkeit genießen. Und wenn wir auf das Thema ID.2 All schauen, nur noch mal als Erinnerung, damals gab es in den ersten Tagen übrigens auch von mir den Fehler, dass wir alle dachten, oh, 450 Kilometer WLTP-Reichweite, hat sich dann am Ende herausgestellt, dass das ja nur für die größere Batterie ist. Und die größere Batterie wird natürlich dann nicht für 25.000 Euro zu haben sein. Ich gehe davon aus, dass es eine Reichweite irgendwo zwischen 300 und 340 Kilometer WLTP sein wird. Und das ist ja das, was wir auch dann beim ID.2 All ungefähr sehen werden, sofern sich bis dahin nicht noch was ändert. Das heißt, Skoda bekommt sein eigenes, kleines, kompaktes Elektroauto. Und das ist doch schon mal der Weg in die richtige Richtung, dass es nämlich nicht nur den ID.2 All gibt, sondern dass auch Leute sagen können, ich kaufe mir einen Skoda. Denn nicht jeder mag die Kernmarke VW. Und somit ist es ja gut, eine größere Auswahl zu haben. Was Skoda betrifft, da gab es ja viele schlechte Nachrichten in den letzten Monaten. Vor allem hat Skoda unglaubliche Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt. Die Frage ist natürlich hier, wird man mit diesen neuen Skoda-Modellen, ob es jetzt ein Kombi ist oder ob es ein Kompaktauto ist, dann entsprechend noch auf diesen Markt wieder zurückkehren oder eine neue Strategie entwickeln. Wir sehen hier auch noch mal eine größere Variante, diese Space-Variante. Die wird natürlich noch mal vom Preissegment größer und höher sein. Wir sehen aber so von der Skizze her, da könnte man schon fast sagen, das geht in die Richtung eines Tesla Model 3. Und dann haben wir hier natürlich noch einen Kombi. Wahrscheinlich wird das dann so ungefähr ausarten vom Design her. Typisch Skoda-Design natürlich. Wie gesagt, alles mit Vorsichtigkeit zu genießen. Es handelt sich, wie gesagt, hier nur um Skizzen. Ja, was bedeutet das? Es bedeutet, dass der VW-Konzern, also diese gesamte VW-Gruppe, natürlich immer mehr in die Elektromobilität hineingeht. Und diese Autos und dieser Kompaktwagen sollen dann auch im spanischen Werk produziert werden und nicht in Deutschland, sondern im spanischen Werk. Dann schauen wir einmal weiter. Also wir hatten ja über den Enyaq und den Enyaq Coupé gesprochen und die sollen dann eben halt 2025 noch mal ein Update bekommen. Wenn du bereits solch ein Auto fährst, lass mich gerne mal wissen, was du da so für Wünsche hättest, was sich verbessert. Also mit sechs neuen batterieelektrischen Modellen in allen Segmenten bis 2026 bewegt sich Skoda Auto noch schneller in Richtung einer nachhaltigen und elektrischen individuellen Mobilität. Das ist das Ziel. Und was jetzt ja weniger verständlich ist, ist zusammen mit unseren neuen und hocheffizienten konventionellen Verbrennungs- und Plug-in-Hybrid-Modellen, ja, ist man dann weiter dabei, das Beste aus beiden Welten anzubieten. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wir liegen schon bei solch einem hohen Anteil der Elektromobilität. Die Plug-in-Hybride nehmen stark ab, seitdem die Förderung weg ist. Ich glaube, diese Strategie dieser zwei Welten wird nicht lange halten, auch wenn natürlich es immer noch eine Gruppe geben wird, die bis zum allerletzten Meter, bevor ein Verbrennerverbot kommt, dann Verbrenner kaufen werden. Diese Gruppe kann man natürlich bedienen, aber da wird natürlich eine große Marge nicht mehr zu machen sein. Also schauen wir mal, wie lange dieser Weg dann noch gehen wird, diese zwei Welten entsprechend zusammenzubringen. Aber ein logischer Schritt ist natürlich hier, einen Weg nach vorne zu gehen und solche Modelle vorzustellen, die wir gerade besprochen haben. Und dann, wie gesagt, kommt dieses Thema mit China, denn in China ist natürlich ein Riesenmarkt und VW als Kernmarke hat schon Schwierigkeiten dort, möchte natürlich jetzt wieder da Fuß fassen und noch schneller wachsen. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, da sind jetzt in diesem Fall aber auch Hybrid-Autos dabei, dann werden hier fast mit Hybrid-Autos eine halbe Million Autos im elektrischen Bereich in einem Monat, ja, wir reden hier von einem Monat verkauft, im Dezember letzten Jahres waren es sogar schon über 600.000. Und das ist der größte Markt der Welt in den USA, da braucht man noch ein bisschen länger. Das ist ein etwas langsamerer Prozess trotz der Förderung. Da wird man noch auf die ersten Zahlen warten müssen. Aber wir sehen, wo die Reise hingeht. Und Skoda hat sich auf jeden Fall hier einiges vorgenommen. Ein 25.000-Euro-Auto ist natürlich in der Kompaktversion ein ehrgeiziges Ziel. Wenn Tesla das gemacht hätte, dann muss man mal schauen, was sich in den nächsten Monaten entwickelt. Es ist davon auszugehen, dass Tesla hier vielleicht spätestens Ende des Jahres auch eins vorstellt. Und dann wissen wir mehr. Dann können wir mehr vergleichen. Und darauf freue ich mich. Wenn du neu dabei warst, lass gerne ein Abo da. Danke für deine Unterstützung.